Hallo Süße! Hallihallo und Herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum! Jaaa, wir machen weiter mit dir! Juhu! So, ähm... Ja, diese Quest können wir noch einmal nehmen. So, jetzt geht's auch schon weiter. Ich will Level 17 wollen! Also gehen wir nach... Links, ähm... Ausgewachsene Wölfe töten. Die sind ja da oben beim... Berg da. Ähm... Nehmen wir das Pferd natürlich. So, also ausgewachsene Wölfe. Okay. Iken! Wölfe! Hilfe! Okay. Also schauen wir mal wo die Wölfe sind. Die haben wir letztes Mal getötet. Müssten hier irgendwo schon gespawnt sein. Hier wäre einen. Aber der ist jetzt alleine. Den nehmen wir jetzt nicht. Aber die können wir nehmen. Ähm, so. Komm! Was ist jetzt? Nicht spinnen! Ja! Machst du Damage! Nächsten! Machst du Damage! So! Die haben wir jetzt beschweren. Am Anfang nur einen. Dann bis zu fünf. Hoffentlich sind die aber auch schnell. Also nicht so langsam. Damit wir sie ein bisschen einsetzen können. Sonst verrecken sie ja bis sie da angekommen sind. Oder wir verrecken bis die angekommen sind. Ist nicht so gut. So, einen Türkis haben wir bekommen. Okay. Ähm, ja. Der Dämon ist wieder da. Also der Dämon ist schon eine riesen Hilfe. Ohne Dämon wäre der Beschwerdarm dran. Das ist schon wahr. Und wir haben einen beschlagenen Brustpanzer bekommen. Ach komm. Ja, ja. So, und den haben wir. Den lassen wir. Liegend hell ist rot. Das ist nicht so gut. Aber wir haben nicht viel Leben verloren. Und der hat auch schon ab. Also schauen wir, dass wir andere angreifen nicht so nahe. Die 3 gedrückt haben. So. Ah, da oben ist noch einer. Gehen wir da oben hin. Ich habe jetzt das Herz ein bisschen weiter nach unten getan. Hoffentlich ist es jetzt besser mit dem Atmen. Das müsst ihr ja nicht unbedingt hören. So, noch drei. Okay. Da oben sind noch. Ja, den können wir mit den Imps töten. Komm. Ja. Ja. Ja, die Imps sind schon langsam. Nicht so gut. Und sie haben auch nicht so aggro. Wahrscheinlich nehme ich die dann bald raus. Und sie werden ja dann wieder die spawnen, wenn der Gegner down ist. Nicht gut. Nicht gut. So, noch einen. Und so können wir sonst noch etwas nehmen. Wir können kurz nach Korsum gehen. Einfach mal einen Umweg machen. Voll der Chiller. Ja. Ich bin eine Demo. Und jetzt? Hallo? Fert. Nicht nerven. Kleine Mini-Lex. Sorry. Aber das ist halt eine blöde Engine. Die nur Lex produziert. Nichts Gescheites. Und ein Magnetstück. Okay. Und noch einen. Ja. Ambergstein. Das ist so etwas von wertlos. Ich weiss nicht, wieso der noch droppen kann. Wieso der überhaupt droppt. Ja. Ich habe doch kein Geld. Ich muss doch den verkaufen. Man sieht es. Ich habe schon 117.000. 118.000 schon. Ich habe schon 118.000. Ja. Bullshit. Und wieder ein Magnet. Cool. Und diese rechts dran nervt auch ein bisschen. So. Hier müssen wir wohin? Da oben. Oh. Das ist nicht gerade gut, wenn es so ruckelt. Aber das ist jetzt wieder Flaps. Da kann die Engine nichts dafür. Ähm. Da vorne. Ah ja. Und hier könnten wir noch diese Quest annehmen. So. Jetzt können wir wieder zurück. Ähm. Nordwestlicher Strand. Der ist da unten. Und. Ja. Die Anden sind wahrscheinlich in Fiskale. Keine Ahnung. Also gehen wir kurz hier unten noch ein paar Gegner töten. Scheinbar die Aquantis. So. Hier sehen sie. Ähm. Ausgewachsener Aquantis. Die sind hier. Oh. Das ist in Gelb. Die sind gelb. Die sind gelb. Die sind gelb. Die sind gelb. Aber auch kein Problem für munz und dämonen. So. Ist der auch schon da. Nein nicht die. Ja toll. die sehen fast gleich aus. Das läuft ein bisschen. Du kannst nicht ein bisschen länger da bleiben. So. Was? 20 Stück? Oh Gott. Und wo sind sie denn? Wir haben so wenig hier. Da ist noch einer. Das ist eine Spinne. Okay. Das ist schon fast zu langweilig. So. Dann werden wir die noch ein bisschen aufsparen, bis sie nicht mehr grün sind am besten. Ja. Und wir haben hier einen gestreiften Helm für einen Schützen. Level 22, 96. Rüstung. Plus 4. Okay. Kommt fährt. So. Jetzt gehen wir nach Fiskale. Um dort die Quests abzugeben. Dann scheinen einige zu sein. Das ist gut. Hoffentlich auch, dass es fast zu einem Level oder sogar über ein Level bringt. Aber das meine ich nicht. Also. Wir könnten nachher ein paar Bootenquests machen. Mal schauen. Okay. Jetzt läuft es wieder ein bisschen anständiger. Das hat man doch keine. Was für noobs. Tja. Ohne noobs wäre doch das Spiel langweilig. Ja. Also. Fram-Hebem-Mand-Content. Also. Im Endgame. Ja. Hier nichts. Hier bringt es nichts. Einen Fels. Gehts noch? Ich habe doch Besseres verdient. Ja. Ich habe einen Fels. Da. Fels. Da. 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 Jetzt hier. Okay, wahrscheinlich die so einfach mal ausprobieren. Und hier ist auch noch eine. Okay, eine Quest haben wir schon mal beendet und wir haben einen Stab. Eisstab der Runen. Was haben wir eigentlich für einen Stab? 25 bis 33 Blitzschalen noch dazu. Ja, unser ist besser. So, bei dem auch noch abgeben. Gut. Und hier auch abgeben. Ja, leider hat es nicht so viel Erfahrung gegeben. Aber ja, das ist klar. Alles drückt sich halt. So. Jetzt könnten wir wieder die nehmen. Und hier müssen wir Springbrunnen. Okay. Okay. Haben wir denn... ...die Fiole mit Wasser gefüllt. Gut. Okay. Ähm. Haben wir hier noch was? Hier haben wir noch eine Quest. Die könnten wir noch annehmen. So. Annämen. Hopp. Gut. Die andere können wir nicht annehmen. Okay. Hm. Goblinberg. Zoom-Elise. Winzige magische Käfer. Wir gehen hier oben durch. Da gibt es nämlich winzige magische Käfer. Nehmen wir die zuerst. Die sind leicht. Also vom Typ her. Nicht vom Level. Da. Wir haben die sind gelb. Einen. Einen. Fünf müssen wir. Okay. Ach gut. Haben wir hier noch irgendwo? Hm. Käferbeine. Die sind so etwas von wertvoll. Die muss man gleich. Im Rucksack verstauen. Noch kurz den Kuldung erwarten. So. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen. Pff. Ah. Da wird schwer hier. Leicht weiter unten. Hm. Mal schauen. Ah ja. Da ist einer. So. Und hier hast du noch ein paar Käferchen. Die Käfer greifen die Käfer an. Die Käfer der Käfer. Blödsinn. Witzfiguren. Witzfiguren. Wenn sie überhaupt fünf Cis wären. Beste Community. Einfach mal 30 zu 1. Angreifen. Pff. Kein Mitleid. Nix. Müssen wir mal ein bisschen ausräumen. Aufräumen. Also ein bisschen. Eine gute Community macht. Für Regnum. Hoffentlich schaffe ich das Ziel. Weil momentan sieht es nicht so gut aus. Naja. Wird schon. So. Ähm. Meister. Muss ich jetzt sehen. Meister. Meister. Ork-Knecht. Wilder Knecht. Ork-Knecht sind doch da drüben. Hm. Da. Nein. Da sind Orks. Wir sind keine Orkknecht, wir sind Orks! Hahaha! Trudralala! So, am Griff da! Ork 10, okay! So, da ist Orks hier, da ist noch eine! Okay, wie viel müssen wir töten? 10! Okay! 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 Oh, preen. Güass! Vielen Dank.